moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen lost arg video dieses mal werden wir uns mit einer neuen insel befassen und zwar insel der ruhe hier sind wir noch immer noch dabei uns unser gear material zu farmen und das wird natürlich unser focus sein nicht wundern ich werde dieses video wahrscheinlich in mehrere quests einmal umwandeln das heißt es kann durchaus sein dass diese folge hier die erste von mehreren ist hier ist auch schon die erste quest wer ist da gut dann warten wir in die in die erste quest dieser insel wer ist da irgendwas brennt hier ich habe von der insel selbst noch überhaupt keinen plan leute daher sieht es mir nach wenn irgendwas wenn irgendwas fehler am platz ist ok es sind immer auch einige leute die gerade am farmen sind allein das dauert schon so ich beschäftige die einfach also während die mit anderen beschäftigt sind glaube ich einfach die früchte das ist so frech wir auch gleich zehn stück sammeln müssen wenn wir das mehrere machen hat man natürlich weniger auswahl ok leute das war die allererste quest wer ist da mehr gibt es ja auch nichts zu tun danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns in den nächsten quest